Hit Radio FFH. Mario Barth rettet deine Liebe. Wie plant man eine Hochzeit? Ganz wichtig, nie im Jahr des Antrages heiraten. Es gibt nämlich fast nichts Kompliziteres als die Planung einer Hochzeit. Die erste Mondlandung war ein Kinderspiel dagegen. Wo soll gefeiert werden? In welcher Jahreszeit soll es Musik geben? Live oder machtet ein DJ? Und vor allen Dingen, welche Musik? Brauchen wir zwei Räume? Einen, in dem getanzt werden kann und einen, in dem die Tanzmuffel-Serie unterhalten können. Und das ist erst der Anfang. Da heißt es ja, die Nerven behalten. Merksatz. Eine Hochzeit ist ein Test, ob es ein Paar hinbekommt, sich zu einigen. Wer sitzt wo? Wer muss kommen? Wer darf gar nicht kommen? Was ist also mit dem Essen? Was soll es zu essen geben? Onkel Herbert isst gar kein Gemüse. Seine Tochter Sabine ist Vegetarierin. Wer ein schönes Fest will, der ist großzügig und versucht, nicht die Leute zu erziehen. Nur bei einer Sache muss der Mann hart bleiben. Wenn die Schwiegermutter verhindern möchte, dass er mit aufs Hochzeitsfoto kommt. Ach ja, und Braut und Führung ist voll von Arsch. Die reißen die ganze Gesellschaft auseinander. Und wenn man Pech hat, dann wartet der eine Teil im Lokal stundenlang auf beide. Braut und Führungen sind was für eine Silberhochzeit. Ja, da sind beide froh, wenn sie mal ein bisschen Ruhe voneinander haben. Und immer daran denken. Happy wife, happy life. Mario Barth rettet deine Liebe. Alle Folgen zum Nachhören bei FFH im Web und in der App. Ausatmen von FFH im Web und in der App. Ja, da sind beide froh, wenn sie mal ein bisschen Ruhe sind. Abwech am Blatt. Von FFH im Web und in der App. Untertitelung des ZDF, 2020